Ecke setzt denn da? Ja hallo? Hey du Schachseckel! Ich bin am Schlafen! Lass meine Ruhe! Hau dich bis der Hohle! Schau dich an! Jetzt hinten gehst du nicht hin. So, es steht jetzt schon knapp hier. Ach, die Kinder! Der Ani war auch so nahe. Definitiv. Also wir stehen irgendwo in Frankreich und wollen hier illegal... Für mehr Kappen! Für mehr Kappen! Wir sind Tierfreunde auf dem Kanal. Wir zünden uns echt auf die Seite. Wir haben nicht gegessen. Jaaaa! Ich mache die Laborfrau jetzt ein Intro. Soviel Intro. Das ist auch immer mit der Hand. Wir sind jetzt oben angekommen. Nach x-tausend Höhenmeter. Wir haben runtergestampelt. Es ist gefühlt etwa minus 20 Grad. Das hat noch Schnee. Zum Teil tief. Wenn wir noch aufpassen, dass wir runterfahren. Ich bin vor allem Mauerfahrt recht versoffen. Mikko ist es bei dir gegangen? Yes! Yes! Willst du einen Drohnenflieger machen für euch? Wir hoffen, dass es irgendetwas wird. Es tut wie Sau. Ich stehe jetzt gerade im Windschatten von dem... Weiss auch nicht, was das ist. Gemähe. Dann bin ich in den Brotanien. Und jetzt fahren wir nachher los. Wir hoffen, wir können ein paar Aufnahmen für euch machen. Das Wetter ist ja wirklich nicht ideal. Also sind wir uns nicht böse, wenn wir nicht alles dreimal und fünfmal von aussen filmen. Weil es ist arschkalt, es ist nass, es ist... Wie ist es? Arschkalt und nass, ja. Arschkalt und nass. Aber ich glaube, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Wenn man da rittet hier durch die Wälder oben oben, das wird gut. Scheiße hat es viel Sau an den Wäldern, ja. Sau hat es dort. Also wir sauen jetzt durch den Wald. Und viel Spass. Was ist das? Wie 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 ist das? Wow! Nice! Yes! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen, vielleicht filmen wir nachher noch etwas, was wir Lust haben. Ciao, ciao. Wir sind da ein wenig im Wellness. Ich muss ja noch ein wenig gut gehen. Was lustiger ist, der spielt ja ein wenig runter, seit die beiden raus sind. Jetzt stehe ich einmal hoch. Jetzt geht's. Das ist schon halb gefüllte Urenpott. Das ist nur noch halb voll. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.